Da sage ich nämlich herzlich willkommen heute zum Fresse-Termin, bei dem das neue Linienkonzept für Leverkusen vorgestellt werden soll. Es ist, wie Sie an der Präsentation, Sie natürlich von der WUPSI entwickelt, aber es ist natürlich auch eine Zusammenarbeit mit der Stadt entstanden, weil der öffentliche Nahverkehr zum einen natürlich für das Mobilitätskonzept ganz wichtig ist und weil auch der Fachbereich Tiefbau eben mitgearbeitet hat. Auch wenn das Gesamtkonzept so ist, ist richtig und der WUPSI erstrumm. Und damit darf ich Ihnen auch die Damen und Herren vorstellen, die gleich was sagen. Das ist zum einen nämlich Frau Roldezerentin Deppe, die den Einstieg machen wird und das Ganze eben einordnet, wie wichtig das für Leverkusen ist. Im Anschluss daran wird Herr Reinhard Schmitz ganz vorne als Leiter des Fachbereichs Tiefbau eben sagen, wie die Zusammenarbeit da mit der WUPSI funktioniert hat. Am Schluss daran wird Herr Korski als Geschäftsführer der WUPSI darlegen, wie wichtig das für die WUPSI ist, was das bedeutet auch alles. Und in die Tiefe geht es dann am Schluss mit Nettesheim, dem Prokuristen der WUPSI, der dann anhand der Präsentation, dessen Start wird wir eben schon sehen, ins Detail gehen wird. Ja, herzlichen Dank. Ich darf eine kleine Korrektur, die wir heute Morgen vorgesprochen haben. Herr Schmitz wird nicht nach mir kommen, sondern er wird am Ende nochmal berichten, wie es weitergeht. Dann haben wir das in der Abteilung, das haben wir aber heute Morgen kurzfristig mal eben für uns überlegt, dass das die bessere Variante ist. Ich hatte keine Zeit mehr, Ihnen das noch umgezählt. Aber ich denke, das ist undragbar. Ja, Liniennetz ist für uns ein wichtiger Baustein im Mobilitätskonzept, weil ganz klar in den Diskussionen, die wir auch immer zu neuer Mobilität oder veränderter Mobilität gerade führen, wird natürlich auch immer dargelegt, Ihr müsst doch erstmal ein Angebot schaffen, damit die Leute tatsächlich wechseln. So, und dieses Angebot wird sehr unterschiedlich gesehen und ich denke, das ist für uns jetzt der erste Schritt, mit der WUPSI wirklich ein ganz wichtiger und auch ein sehr guter Partner sind bei der Umsetzung, bei der Initiativierung auch des Mobilitätskonzeptes im Moment. Wir stehen da ja noch am Anfang, wir stehen noch mit der Analyse und den Daten, wir haben jetzt mit der Bürgerbeteiligung dazu ja angefangen, aber es wird nicht funktionieren, wenn wir ÖPNV nicht tatsächlich steigern können und aspektiver machen können und besser machen können. Und da bin ich froh, dass wir da gemeinsam, wirklich Seite an Seite, auch in vielen Podiumdiskussionen ja schon gestartet sind, um dieses Thema nach vorne zu bringen. Und von daher freue ich mich wirklich, dass wir heute, ich sag mal, aus meiner Sicht immer noch ein erster Schritt, dieses Liniennetz zu modifizieren und zu verbessern und dass wir Ihnen das heute wirklich vorstellen können. Das wäre es erst mal von meiner Seite, weil das Spannendere kann ich mir berichten. Ja, ich möchte einleitend noch mal ein paar Worte finden für die Verkehrssituation, die wir hier haben. Wir kennen ja die Situation in Leverkusen, jeder, der hier mit dem Auto fährt, steht im Stau. Es wird immer schlimmer von Jahr zu Jahr und wir haben natürlich auch erhebliche Probleme mit der Luftreinhaltung. Wir können den Luftreinhalteplan nicht einhalten, wegen Bestiegungsgehalts in der Luft. Und von daher besteht dringender Handlungsbedarf, in Leverkusen etwas zu tun an diesem Problem. Ein Teil des Problems, es kommt ja nicht alles durch den Verkehr, aber ein wichtiger großer Teil kommt eben von dem Verkehr. Das heißt also, der Verkehr, die Mobilität in Leverkusen muss sich dringend ändern. Aus beiden Gründen, einmal die Verkehrssituation, die Schausituation und auch um den Luftreinhalteplan in Leverkusen einzuhalten. Und hier kann das Ganze gelingen. Es kann eigentlich nur gelingen, wenn es uns gelingt, hier in Leverkusen den Modelsplit, also den Anteil des Individualverkehrs zu senken und den, ich sag mal, intelligente, neue, umweltfreundliche Mobilitätslösungen zu fördern. Das ist eigentlich die Zielsetzung, die wir ja gemeinschaftlich haben, um die Situation hier zu verbessern. Und da kommt dann jetzt die Wupsi ins Spiel als der, ich sag mal, umfassende Mobilitätsdienstleister in dieser Stadt. Wir befinden uns ja auch als Unternehmen im Wandel. In der Vergangenheit waren wir mehr so das klassische Verkehrsunternehmen, was mit Bussen von A nach B gefahren ist. Das war sicherlich in der Vergangenheit gut und richtig. Aber eben die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen ändern sich. Und darauf muss natürlich die Wupsi auch als, ich sag mal, der Platzwisch hier vor Ort entsprechend reagieren. Und wir bieten eben neben dem klassischen ÖPNV mit unseren Bussen zusätzliche Mobilitätslösungen an, wie zum Beispiel das Carsharing. Da sind wir im letzten Jahr ja eine Kooperation mit Ford Carsharing eingegangen, sodass wir jetzt auch ein attraktives Carsharing-Angebot hier in Leverkusen anbieten. Wir wollen das noch weiter ausbauen in den nächsten Monaten. Hinzu kommt das Fahrradverleihsystem, was wir gemeinsam mit der Stadt einrichten werden in Kürze. Und wichtig ist, denke ich auch, um den Leuten den Zugang zu diesen neuen Mobilitätsformen zu gewähren, auch eine Mobilitätsberatung. Und der Schlüssel über all diese Mobilitätsdienstleistungen oder der den Zugang zu diesen Mobilitätsdienstleistungen bietet und auch einen vereinfachten Zugang bietet, ist auch hier die Digitalisierung, wie in vielen Bereichen, nämlich in Form einer entsprechenden Mobilitäts-App. Also wir brauchen, und daran arbeiten wir auch, eine Mobilitäts-App, wo alle Mobilitätsangebote in der Stadt im Grunde genommen unter einem Hut gebündelt werden. Also das ÖPNV-Angebot mit Fahrplan-Auskunft, Ticket-Angeboten, dann Carsharing, Fahrradverleihsystem, dass Sie das alles über diese App im Grunde genommen nutzen können. Und auch ideal auch, das macht heute die Technik und die Digitalisierung möglich, dass Sie auch ein sogenanntes Routing haben. Also dass Sie sagen können, ich möchte von A nach B und dann wird Ihnen angezeigt, mit welchem Verkehrsmittel kommen Sie am schnellsten von A nach B und was kostet das. Ist es der Bus oder ist es vielleicht das Fahrrad auf dem Verleihsystem oder Carsharing oder eben das eigene Auto. Ja, aber die wichtigste Maßnahme von allen, jetzt sind wir wieder am Anfang, ist, dass wir ein attraktives ÖPNV-Angebot in dieser Stadt schaffen. Das ist also wirklich das Aller, Allerwichtigste. Und nun ist es so, dass das Angebot ja an sich bisher nicht schlecht war. Also wir haben ja, wir führen ja regelmäßig auch Kundenbefragungen im ganzen Verkehrsverbund durch, über die Kundenzufriedenheit und da hat Leverkusen und die Hubsi jedes Mal den besten Wert erzielt. Also noch vor Köln. Und das zeigt ja schon, dass wir hier in Leverkusen auch in der Vergangenheit schon immer auf einem guten Weg waren. Aber nichts ist so gut, dass man es nicht auch noch verbessern könnte. Und wir sind hingegangen, gemeinsam mit der Stadt, dass wir das aktuelle Linienangebot komplett auf den Prüfstand georben haben. Und wir geguckt haben, wo gibt es Optimierungsbedarf, wo gibt es Verbesserungsbedarf. Und wir haben diverse Anpassungen sowohl im Bereich der Streckenführung als auch die Taktung an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst. Ganz spannend ist, denke ich auch, eine wirkliche Neuerung ist ein sogenanntes Schnellbus-System, was eine direkte Verbindung aller Bus- und Stadtteile mit dem Bahnhof in Wiesdorf gewährleistet. Das ist also eine deutliche Attraktivitätssteigerung für die Fahrgäste. Wir haben aber auch eine bessere Anbindung an den Busbahnhof in Oplan geschaffen und verbesserte Anbindungen an die S-Bahn und die Stadtbahnlinien. Und zuletzt, sagen wir mal, erwähnt, dass wir die Nachbuslinien nach hinten hin auch nochmal ausgeweitet haben. Damit eben die jungen Leute, die auch im Haus, die sie lächeln schauen, genau, die abends ausgehen. Die wollen nicht schon um ein Uhr oder so nach Hause gehen, sondern beginnt die Party erst, sodass die eben auch die Möglichkeit haben, noch später mit dem ÖPNV nach Hause zu kommen. Ja, ich denke, mit diesem attraktiven Angebot, was wir jetzt schaffen, kann es uns gelingen, dass der ÖPNV oftmals die bessere Alternative zum Auto wird. Und dass die Leute ihr Auto eher stehen lassen und dann eben den Bus nutzen, um damit zur Arbeit zu fahren oder was auch immer, zum Einkaufen. Und ich glaube, erst recht, wenn man das Ganze dann auch noch sieht, in Verbindung mit den alternativen Angeboten wie Fahrradverleihsystem oder Carsharing. Da, wo man mit dem Bus nicht weiterkommt, bieten wir dann eben das Fahrradverleihsystem oder das Carsharing an. Und ich glaube, daraus entsteht insgesamt ein wirklich sehr, sehr attraktives Angebot. Und damit hoffen wir gemeinschaftlich, dass wir genügend Anreize schaffen, dass die Menschen eben ihr Mobilitätsverhalten nachhaltig ändern. Hoffnung besteht natürlich auch, oder das ist ja die Zielsetzung, dass es uns damit gelingt, unsere Klimaziele zu erreichen, Luftreinhaltungen zu erreichen und natürlich auch das Verkehrsproblem in der Stadt deutlich zu reduzieren. Ja, ich möchte an dieser Stelle ganz, ganz herzlich dem Team der WUPSI danken, unter der Führung von der Nettesheim, die das Ganze über viele, viele Monate ausgearbeitet haben. Aber ich möchte auch ganz herzlich dem Team bei der Stadt Leverkusen, den Planern danken, die das Ganze auch maßgeblich wird unterstützt haben. Es war wirklich ein Hand in Hand Arbeiten. Und ich denke, das sieht man auch an dem erfolgreichen Ergebnis, dass es wirklich eine gelungene Sache ist und eine deutliche Verbesserung. Ja, danke schön. Dann möchte ich jetzt mal mehr. Herzlichen Dank. Vielleicht darf ich das noch ganz kurz ergänzen, wenn man diese ganzen Maßnahmen hört, dann wird einem auch klar, dass wir das natürlich nicht umsonst haben können. Und ich bedauere das immer wieder, dass wir, was ÖPNV angeht, in die Förderung im Grunde genommen nur industriebe Maßnahmen gefördert bekommen, aber leider nicht solche Linienerweiterungen. Was wäre eigentlich für eine Stadt, die in dieser Haushaltssituation ist, wirklich förderlich, weil wir werden jetzt, um dieses Netz so abzubilden, wie wir es Ihnen gleich zeigen, und wenn die Politik es so beschließt, in den Haushalt eine Million mehr eingeben müssen, damit das tatsächlich auch so umgesetzt werden kann. Das ist für uns natürlich wirklich eine hohe Summe, wo wir auch keine Fördermittel, wir wissen, dass wir eigentlich ganz gut sind, in Fördermitteln akquirieren, und auch alle Maßnahmen immer danach priorisieren, wo kriegen wir Fördermaßnahmen. Aber hier mit dem Kämmerer zusammen haben wir das, oder werden das der Politik so vorschlagen, so muss man das ja formulieren. Wir hoffen natürlich, dass wir da auch die Beschlusslage so kommen, dass wir das alles umsetzen können. Aber ich denke, da sieht man, welche Priorität und welche Wichtigkeit halt auch tatsächlich ÖPNV aus unserer Sicht hier an dieser Stelle hat. Das wäre ich noch zuerst. Eine Million jährlich. Ja, ja, natürlich, genau, nicht nur einmalig, klar. Jedes Jahr eine Million. Ja, gut, dass Sie das noch machen. Ich war ja so klar, dass ich das festgelegt habe. Ich denke natürlich ein bisschen von der Nachfrage ab, wenn es ganz, ganz gut nachgefragt wird, dann kann es auch weniger. Ja, das hoffen wir natürlich irgendwann. Aber das ist etwa die Summe, die wir in den Haushalt reingeben werden, und der Politik halt auch vorschlagen, damit es tatsächlich auch ein attraktives Netz wird. Ja, ja, was geben Sie im Moment aus im Jahr? Ach, herrlich. Ich hoffe, wir haben das an die Freihamler warten. Das schwankt, wie der Herr Kretowski eben sagt, das schwankt natürlich mit den Einnahmenzahlen. Wir machen von der Stadt her den Sorten-Defizitausgleich. Ausgaben müssen einnahmen, müssen wir der Wuxi, oder müssen, dürfen wir der Wuxi dann zukommen lassen. Das ist in den letzten Jahren schwanken mal 2,5 Millionen. Ein gutes Jahr waren wir mit 2 Millionen gewesen. Wir haben also mit diesen 1 Millionen jährlich, die wir mehr haben oder brauchen, doch einen erheblichen Batzen mehr, den wir jetzt im Haushalt dank auch der Kämmerei, muss man auch mal sagen, bis jetzt veranschlagen konnten und hoffen, dass das auch so weiter umgesetzt werden soll. Also es ist jetzt nicht 10 Prozent mehr, sondern es ist ein heblicher Batzen von 40, 50 Prozent mehr, die wir veranschlagen haben. Das heißt, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Aus welchen Kontext? Oder bei Maßnahmen, das ist der gesamte Topf. Müssen andere Maßnahmen leiden? Ja, was heißt leiden? Das werden weniger. Wenn ich da ganz kurz einhalten darf, ich glaube, es kann keiner ganz genau sagen, was kommt, aber alles, was Grundsteuererhöhungen oder andere Steuererhöhungen betreffen würde, würde wohl gemerkt, kommt in der Haushaltsplanung und der Haushalt wird in der Ratssitzung Ende Oktober eingebracht. Also das ist jetzt auch hier nicht das Thema. Es ist natürlich hat das Thema Einfluss auf die Finanzen und den Haushalt, aber wir können jetzt hier nicht über den gesamten Haushalt als solches diskutieren. Aber natürlich kann man das Geld nur einmal ausgeben. Also ich meine, da brauchen wir jetzt nicht drum herum zu reden und natürlich wird es dann irgendwo an anderen Maßnahmen eben nicht. Aber ich denke, der Kämmerer schlägt eine gute Verteilung der Haushaltsmittel vor, sodass alle Bereiche auch etwas abbekommen und auch eine Umsetzung erfahren. Und das Einzige, was wir heute damit sagen wollen, dass wir erkannt haben, dass wir ÖPNV attraktiver machen müssen, wenn wir das Mobilitätskonzept umsetzen wollen und gegensteuern zu dem, was wir im Moment verkehrlich jeden Tag erleben. Also, dass es nicht umsonst ging, ich glaube, das ist auch jedem klar, das wird man nicht tun bekommen. Das heißt, wir müssen irgendwo priorisieren, wo wollen wir das Geld ausgeben. Und letztendlich ist es im Moment erstmal ein Vorschlag der Verwaltung an die Politik. Ja, dann habe ich jetzt die dankbare Aufgabe, dieses komplexe System, was wir bisher doch vorgenommen haben, um möglichst einfachen Worten rüberzubringen. Ich versuche das mal. Ich werde nochmal kurz, denn Herr Kost hat jetzt eben in den Vorschlag auch schon gesagt, wie ist überhaupt die Ausgangssituation? Es ist ja nicht so, dass der ÖPNV auch nicht schlecht ist. Es gibt die Bewertung der Kunden über das VHS-Unbarometer, es gibt auch hier die Mobilitätsuntersuchung, die die Stadt Heberfusen im Jahr 2016 durch die Kriptefusen mal zugegeben, in einem etwas kleineren Vergleichskreis mit der Stadt Rinden, mit dem Ende-Kreis, meine Bewertung des Fußangebots bewertet hat und da zum Beispiel das Leverkusener Busangebot von 2,7 auch besser wegkommt als die anderen. Also es gibt Befragungen, subjektive Bewertungen des ÖPNV-Angebotes. Darauf wollten wir uns aber jetzt nicht nur alleine verlassen. Wir haben auch gesagt, wir müssen uns mal objektiv angucken. Wie sieht unser Angebot denn wirklich aus? Und da würde ich Sie direkt mal mit dieser Karte erschlagen, wie das Stadt-Büdie Leverkusen hier in dem schwarzen Rahmen zeigt und dort ist dargestellt, wo sich die Haltestellen in unserem Bienennetz befinden und welche Bereiche mit diesen Haltestellen eigentlich abgedeckt werden, betragen in 300 bis 500 Meter um die Haltestellen. Was man hier eben sehen kann, ist, dass das Stadtnetz von Leverkusen schon gut mit Haltestellen erschlossen ist. Die Flecken, die es hier gibt, sind Waldgebiete oder Mülldeponien und der Rest, die Wohngebiete sind aber schon gut erschlossen. Das sind jetzt die Wupsi-Haltestellen oder sind zwischen Rheindorf und Hittorf zwischen Rheindorf, Hittorf und Opladen auch von alle? Das sind alle Haltestellen. Wir haben da aus ÖPNV-Sicht alle Haltestellen für die Grundlage gestellt. Das Gleiche gilt auch, wenn wir uns mal die Verbindungsmatics angucken, die sind eigentlich die Stadtteile untereinander erreichbar. Wir haben es jetzt hier mal beschränkt, die die Stadtteile mit dem Zentrum verbunden, also mit Schwedisch, mit Opladen und Hittorf. Wir haben überall da, wo es eine direkte Umstiegsfrei-Verbindung gibt oder ein grünes Feld ausgefüllt. Sie sehen, es gibt nur vereinzelt Verbindungen, die es heute im Netz nicht direkt gibt. Da werde ich aber gleich auch an der einen oder anderen Stelle noch mal darauf zurückkommen. Also man kann insgesamt sagen, dass auch wenn man sich objektive Fakten anguckt, die Erschließungsqualität, die Verbindungsqualität schon auch ganz gut zu bewerten ist. Was problematischer schon ist, ist, wenn wir uns mal anschauen, wie der Stadt wie die Leverkusen eigentlich mit Schienenverkehren erschossen ist. Denn wir sind zwar das Busunternehmen in der Stadt Leverkusen, aber wir sehen natürlich auch, wir sind auch im Verkehrsverbot organisiert, dass wir auch viele Stadtgrenzen überschreitende Verkehrsbeziehungen haben. Leverkusen hat viele Einpendler, viele Auspendler, die natürlich auch nicht unbedingt immer nur mit dem Bus an ihr Ziel kommen, sondern wenn sie nach Köln oder Düsseldorf müssen, eben auch das Stadtgebiet verlassen und das natürlich insbesondere dann über den Schienenverkehr tun. Und da ist Leverkusen eben kennzeichnet durch drei Schienenverbindungen. Das eine ist die Verbindung über den Kempark Leverkusen-Mitte-Köper-Stick-Rhein-Lorf Richtung Düsseldorf. Das zweite ist die Verbindung von Köln kommend über den Bahnhof-Schlebisch-Ockladen Richtung Wuppertal. Und das dritte ist dann noch die Stadtbahn-Line 4 der KVB, die in Schlebisch endet. Wenn man sich das anschaut, stellt man zum einen eben fest, es ist eine sehr starke Nord-Süd-Ausrichtung, die aus West-Ausrichtung fehlt eigentlich. Und wenn man mal den äußersten westlichen und östlichen Rand guckt, sind die Entfernungen zum Schienenverkehr schon auch relativ groß. Und das ist auch ein Punkt, den wir dann schon hier erkannt haben, wo wir optimieren müssen. Einfach wie man aus den äußeren Stadtteilen schnell in die Zentren, aber eben auch in diese Schienenverkehr. Ja, das ist letzten Endes, also was wir festhalten würden ist, Herr Kipkowski hat es eben auch schon mal gesagt, das Angebot ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht so gut, dass man es nicht noch besser machen könnte. Deswegen haben wir aber auch nicht jetzt das Angebot völlig über den Haufen geworfen. Wir haben gesagt, wir machen jetzt alles neu. Es gibt natürlich auch viele Kunden, die unser Angebot heute schon nutzen. Und wenn wir da zu viel ändern, dann gibt es da möglicherweise auch Widerstände. Wir haben schon versucht, das vorhandene Netz durch gezielte Maßnahmen zu optimieren. Und der Rahmen war natürlich auch immer in der einen Millionen Euro, die eben schon mal gefallen sind. Das heißt, wir hatten natürlich gewisse Beschränkungen, beide optimieren. Ich denke, das ist trotzdem ein ganz guter Entwurf für den Haufen. Ja, wir haben natürlich nicht nur, nächste Folie bitte, eigene Analysen durchgeführt, um Verbesserungsmaßnahmen zu erarbeiten, sondern wir haben natürlich auch die Wünsche unserer Fahrgäste uns angeschaut. Wir haben ja ein Kundenanregungsmanagement, wo die Kunden ihre Wünsche online, können die telefonisch auch uns zukommen lassen können. Es gibt die Mobilitätsuntersuchung, die die Stadt Leberküse in Auftrag gegeben hat, die da einige Anlasspunkte gegeben hat. Im Zuge der Erarbeitung des Mobilitätskonzepts, das ist ja auch gerade aktuell im letzten Monat der Ideenmelder scharf geschaltet gewesen, wo die Bürger ja auch noch mal im Rahmen der Bürgerbeteiligung ihre Wünsche und Anregungen zum Verkehr allgemein und auch zum Busverkehr und Böke in Form von Kreken angehen konnten. Auch da haben wir noch mal reingedruckt, um zu sehen, was wir da berücksichtigen können. Und es gibt natürlich viele politische Diskussionen. Auch der ÖPNV ist ja, muss ich sagen, Gott sei Dank, oder kann ich sagen, Gott sei Dank auch in der Politik ein Thema, das immer mal wieder auch auftaucht und wo es Ideen gibt und Vorschläge, was man denn besser machen kann. Daraus haben wir also auf dieser Basis unsere Vorschläge dann entwickelt. Und wenn man jetzt mal die wesentlichen Überschriften nennt, zu welchen Ergebnissen sind wir gekommen? Das ist zum einen, dass wir sagen, wir müssen die Fahrzeiten beschleunigen. Und das zweite ist, wir brauchen mehr Direktverbindungen zwischen den Stadtteilen. Das dritte ist die bessere Verkündung zum Schienenverkehr. Und das vierte, die Ausweitung der Bedienungszeiten. Weil ich jetzt 1, 2, 3, 4 gesagt habe, das ist jetzt keine hierarchische Ordnung, also sind alle gleichlich als eine Klinik-Tätensetzung. Ich denke, zu den ersten drei Punkten ist aus dem Vordergrund schon was gekommen. Ausweitung der Bedienungszeiten bezieht sich einfach noch darauf, dass unser Angebot teilweise noch sehr alten Strukturen nachhängt. Ich sage mal, der Ladenschluss um 18.30 Uhr, den haben wir nicht mehr im Liniennetz. Bei 20 Uhr sind wir schon. Aber die Gewohnheiten, Arbeitszeiten verändern sich natürlich schon. Und deswegen möchten wir auch in dem Freizeitverkehr oder auch in dem Berand des Rennen- und Berufsverkehrs etwas machen. Ja, jetzt viel vorgeplänkelt. Jetzt gibt es endlich mal ein Bild, eine Karte, die das von der Katowski eben schon 4.50-Schnellbus-Netz darstellt. Und zwar an dieser Stelle das Kernnetz. Das Kernnetz besteht aus 5 Schnellbus-Linien, die an allen Tagen der Woche verkehren, in der Woche im 20-Minuten-Takt, am Wochenende, je nach Zeitlage und Bedarf, im 30-60-Minuten-Takt. Bei diesen 5 Linien handelt es sich im Wesentlichen um bestehende Linien, die wir aber dann teilweise optimiert haben. Ich fange mal an der Reihe nach mit der gelben Linie, die SB20. Wir haben auch die Produktbezeichnung SB für Schnellbus dann gewählt, um das Ganze auch deutlicher zu machen. Dann spricht er heute in Linie 220, die schon jetzt von Lützenkirchen kommend ja direkt über Trettingen in der Europa-Ring in Annika-Küse-Mitte fährt. Die würde sich im Linienverlauf auch nicht ändern. Die hat heute eigentlich schon Schnellbus-Charakter. Da sehen wir nur an den Fahrzeiten einige einige Ausweitungen von vielleicht können wir schon in den einen weiter schneiden. Ich hätte es nicht drauf sehen. Nächste Linie, die blaue Linie, ist die SB1. Das ist die neue. Das ist heute die Linie 210, die von Rhein-Lorf-Nord kommt, über Leverkusen-Mitte Richtung Steinbüchuken. Eine sehr große Stadtteile, der am Vortrumsstaaten Stadtteile auch. Da verbindet die heute doch den einen oder anderen Schlenker noch fährt. Der hat sich dann weggelassen. Zum Beispiel die SB1 in Rhein-Lorf würde künftig von dieser Linie nicht mehr angefahren. Es gibt eine Kompensation nach dem Schleifzug. Der Bereich Löhlerstraße würde von dieser Linie nicht mehr angefahren. Auch da gibt es eine Kompensation. Und der Bereich Klinikum würde von dieser Linie auch nicht mehr angefahren. Da gibt es aber auch die andere Linie nicht mehr angefahren. Die Gewinn war auf beiden Linien in dieser Linie sieben Minuten Fahrzeit. Richtung Leinlauf-Nord und Richtung Steingüttel und haben hier den Klinik mit dem Schil. Die Linie SB22 entspricht oder ist entstanden aus der heutigen Linie 212 die von Eberfusel-Mitte ja heute über Schlebusch zum Leinwerker Berg fährt. Die würde künftig auch weiterhin nach Schlebusch fahren und dann von Süden über den Leinwerker Berg weiter bis nach Mathildenhof damit auch Mathildenhof eine schnelle direkte Durchfahrung bekommt. Hier würde sich der Fahrzeit gewinnen auf 8 Minuten überlaufen. Heute müssen die Mathildenhof verrunden über den Brandring fahren. Wäre noch dazu ja auch sehr verständlich. Die 12 fällt dann weg oder das ist dann zusätzlich? Die 12 wird in dem Sinne wegfallen beziehungsweise ich komme gleich noch dazu, die 12 fällt ja teilweise auch noch weiter mit dem Regelnrad. Da komme ich aber gleich. Dann haben wir als nächstes in der Reihenfolge die SB23 das ist die heute Linie 233 die von Monheim kommt über Hiddorf und Rheindorf nach Hiddorf bis Mitte fährt. Auch die würde hier in den Bereich Röderstraße beschleunigt oder also direkt über Westen oder Palmenstraße dann zum Bahnhof fahren. Ich komme gleich nochmal in der Karte dazu was wir in dem westlichen Bereich das Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen haben für die hier wegfallenden Bereiche. Ja und dann haben wir noch die die hier SB24 gekennzeichnet ist. Das ist eine Fortentwicklung der Linie 239 die von Burscheid heute ja kommt und dann über Bergisch-Neukirchen den Opladen endet. Wenn Sie sich an die Verbindungsmatik erinnern Bergisch-Neukirchen war der einzige Stadtteil in Leverkusen der keine Direktverbindung mit Gartenisdorf hat und das würden wir mit dieser Linie SB24 eigentlich ändern wollen indem wir diese Linie nämlich dann verlängern die würde von Opladen bis Leverkusen Mitte weiterfahren und zwar auch direkt im Weg über den Europaring und aber auch durch die Bahnstadt West also nicht über Kölner Straße sondern über die Bahnstadt West um auch die Bahnstadt West eben zu erschließen Hier ist der Fahrzeitgewinn mit 13 Minuten am deutlichsten der einerseits aus dem schleunigen Linienweg resultiert aber andererseits auch aus dem fähigen Lohnstil damit hätte ich die 5 Kernlinien Kernschnellbus Netzlinien dargestellt und diese 5 Linien würden noch um drei weitere Linien ergänzen die dann insbesondere als verstärker verantworten Berufsverkehr angeboten würden die in SB27 hier in Pink SB28 in Hellblau und SB29 in Grün diese Linien die SB27 und die SB28 sollen zwischen Steinmüchel und Leverkusen Mitte beziehungsweise zwischen Rheinland und Leverkusen Mitte eine Taktverdichtung herbeiführen die würden auch einen 20-Minuten-Takt fahren aber nur morgens Richtung statt einwärts und nachmittags Richtung statt auswärts sodass wir auf diesen Achsen also zu der Hauptverkehrszeit wo viele Fahrgäste unterwegs sind hier einen 10-Minuten-Takt anbieten können und hier auch und diese beiden Linien sind aber aus den Linien entstanden die heute noch bei der Historie kann vielleicht nur als Bayer-Linien bezeichnet werden die Linien 221 und 224 die heute aus diesen Stadtteilen direkt zum Bayer-Werk fahren allerdings mit einem sehr geringen Takt also 30 bzw. Linien SB29 entspricht oder entspringt aus der heutigen Linie 225 die auch heute schon den Mathildenhof direkt verbindet zum Kennpark darstellt auch die würde beim Takt dann verrichtet auch 20-Minuten-Takt würde auch den S-Bahnhof Kennpark anfahren das also auch aus dem Bereich Mathildenhof und Schneebusch hier eine zusätzliche Verbindung zum Schienenverkehr geschaffen wird Ja das ist das Verstärkernetz und dann haben wir noch einen Ausblick der in der Diskussion immer wieder kommt das ist der Bereich Kölner Norden den haben wir mal hier als Platzhalter erstmal mitgerücksichtigt weil es gibt ja immer die im Vorstand Idee wir müssen eigentlich auch den Rhein überqueren einen Rückenschlag Richtung Köln schaffen weil heute man mit dem ÖPNV wenn man in diesem Bereich möchte erstmal zum Aufwand fahren muss in Köln und dann wieder hoch das haben wir mal hier als Platzhalter eingebaut hier gibt es noch keine konkreten Planungen für eine solche Verbindung weil im Moment ja auch die Brücke gar nicht befahren werden kann also wir müssen erst mit technischen Voraussetzungen geschaffen werden was und es sind dann natürlich auch gesprächte erforderlich die es bisher auch noch nicht gegeben hat das wäre sicherlich etwas was in den nächsten Stunden nochmal angegangen werden müsste der vollständigkeit halber weil es ein Wunsch ist der immer wieder in den Anregungen auftaucht haben wir es hiermit aufgemacht aber das ist eine Maßnahme die erst später umgesetzt werden könnte dazwischen also würden sie dann mit einem Bus von Bahnhof Mitte über die Autobahn nach Merkel nicht rüberfahren und dann diese KVB Linie 12 die dann anbinden ja und würden auch einmal am Fühlinger See halten oder da gibt es noch keine Detailplanung wir haben das ist wirklich da im Moment auch das Kernnetz hier konzentriert haben und hier die Voraussetzungen da sind dann müssen wir da einfach auch nochmal Ideen sammeln und auch nochmal genauer fragen wo denn die Ziele in dem Bereich wirklich sind das wird immer so allgemein mit dem Kölner Norden bezeichnet das fort eigentlich der wichtige Punkt ist der da anzufahren ist das muss man sicherlich nochmal sehen dass ein Teil sinnvoll ist ja das wäre es zum Schnellbus Netz jetzt ist das Schnellbus Netz aber ja sehr stark auch auf Leverkusen Mitte ausgerichtet wir sind uns aber auch darüber am klaren wir haben in der Grafik mit den Schienenstrecken gesehen Leverkusen hat ja nicht mehr die Bahn mit Leverkusen Mitte auch weitere Bahn oder Schienenverkehre die wir natürlich auch in der Anwendung optionieren möchten da möchte ich Ihnen hier eine weitere Linie vorstellen die wir verändern möchten das ist die heute Linie 215 wenn wir in der Gelegenheit dann auch einen neuen Namen geben würden und die dann 205 nennen würden damit die Leute auch nennen dass es was Neues gibt denn 215 hat heute das ist hier gestrichelt eingezeichnet ein sehr stark ja mehr und rier in der Linienverlauf sag ich mal die fährt sehr viel zickzack sehr uneinheitlich aber wenn man sich das da oben im Bereich der Ölstädlichen anguckt dann kam bei Mitarbeitern auch schon die Frage wie fährt die denn diese Linienwege eigentlich alle ab das ist sehr sorgensichtlich und verpflanzt sich auch teilweise ein bisschen wir haben überlegt aus dieser Linie doch ein bisschen mehr zu machen dazu kommt noch dass die Linie heute auch in einem 30 Minuten Takt fährt und damit überhaupt nicht in die Systematik passt und die Linie aber schon einen Wert hat nämlich dass sie zum Beispiel die Stadtbahn in Schwäbisch befindet und ja wir möchten die Linie künftig direkt führen in Schwäbisch dass also auch wieder das Ortszentrum angefahren wird der Weg außen oben hat sich nicht bewährt und sie ist früher schon so gefahren hier ist doch deutlich mehr Fahrgastpotenzial zu erwarten als auch äußeren S hier sie würde dann weiterhin wie bisher nach Steinbrüchel fahren und auch weiter bis Lützenkirchen allerdings dann in Lützenkirchen Richtung Oblagen abliegen durch die Bahnstadt Ost durchfahren und den Bahnhof Oblagen dann auch weiter anfahren das bringt mehrere Effekte zum einen ist die Bahnstadt Ostern endlich mit dem richtigen Bus angebunden heute geht ja nur der kleine Bus in 20 Minuten Takt wir bekommen eine weitere Lücke in unserer Verbildungsmatrix gestopft nämlich die Direktverbindung geklettigen Schneebusch die auch fehlte und die ehemalige Linienleger auch der 215 an links im Bereich Neunboden der Openstall das würden wir früher auch wieder mit Kleinguss bedienen wollen beziehungsweise im Schindernverkehr natürlich bedarfsgerecht hinter der Maßnahme steckt aber noch mehr wenn man sich mal die Auswirkungen auf das vorhandene Liniennetz anguckt wenn wir mal weitergehen haben wir zum Beispiel ich habe es eben schon gesagt hier im Bereich Schwebe Stadtbahn dort haben wir heute ja auch noch die Linie 202 die wir nicht ändern ich führe sie hier mal auf weil die beiden Linien zusammen und dann künftig noch wieder einen 10-Minuten-Takt ergeben wird das heißt die Stadtbahnlinie 4 fährt ja auch einen 10-Minuten-Takt wir würden also zu jeder ankommenden abfahrenden Stadtbahn auch einen Bus zu tun ist sicherlich eine interessante Vorstufe zu einer andiskutierten Verlängerung der Stadtbahn also bevor wir da Gleise legen haben wir gedacht fahren wir aber erstmal mit dem Bus dann den 10-Minuten-Takt weiter bis jetzt dann die Fläche was ähnliches haben wir auch im Norden in Opladen dort fährt die Linie 205 nächste Folie bitte parallel zur Linie 201 zwischen Lixenkirchen und Opladen in der kleinen Variante dann in der Bahnstadt aber auch hier würden wir es dann schaffen die beiden Linien so übereinander zu legen dass es auch der Achse die 10-Minuten-Takt gibt sodass also auch der Bahnhof Opladen hier besser eingetreten wie wir uns haben dann dann schon aber bis jetzt in Opladen wird immer noch nur der Busbahnhof angekommen und jetzt keiner anderen wirklich nachgestellen weil zum Beispiel mein Opladen ist ja ein bisschen größer als der Busbahnhof wenn man jetzt 10 Minuten schon mal mit dem Fahrrad oder 20 Minuten zu Fuß vom Busbahnhof weg wohnt wird ja immer noch eine Busbahnhof von allen Russen angefahren oder werden noch andere fettische Anversuche abzudecken mit dieser Linie jetzt nicht gefällt eben den Minenweg der jetzt eingezeichnet ist aber es gibt natürlich auch andere Busbahnhof die auch heute schon da müssen wir konkret sagen welche Lücken gibt es da noch dann müssen wir sicher die vor allem überlegen das ist eine Frage weil es sehr zeitangrörend so aussieht das wird sich alles nur auf dem Busbahnhof präsentieren aber okay aber er kommt jetzt zum Beispiel die gelbe Linie in 202 fällt ja dann noch weiter es kommt auch jetzt noch eine weitere Linie dazu die wir auch noch anfassen werden das ist die ehemalige Linie 231 die können wir nämlich in dem Züge des Ausbauts Linie 205 dann auch begradigen auch die hat heute einen sehr verschwenkten Linienweg der Prometen muss erstmal mal Steinmücheln dann wieder zurück und dann übernützen die Schleife nach Aufnahmen mit weiter Richtung Langfeld hier können wir die Schleife über Steinmüchel dann künftig weglassen direkt von Mathieu über Altsteinmüchel mit zum Griechenfahren weil ich spare da auch noch mal vier Minuten und wir haben auch den Bereich Altsteinmüchel direkt dann auch planen was es nämlich heute auch nicht gibt ja und dann kommt auf dieser Seite noch dann sind wir mit dem Ostnetz aber dann noch fertig die eben schon angesprochene Linie 212 und zwar die Variante die ja nicht am Landacher Berg endet sondern weiterfährt über Edelrad Richtung Bodental die würde dann künftig separat gefahren also zum einen der Schnellbus 22 der von Leberthusen-Mitte über Schneebusch klärt nur in die andere Richtung das muss man sich einmal ungewöhnen aber sollte man schaffen ja gut ja das sind die Änderungen im östlichen Stadtbereich im Wesentlichen zu nennen die 205 und 206 als neue Linien bezeichnen würden die ersetzen die 215 zum 231 ja dann wirklich in den Westteil der Stadt wechseln ich habe es ja eben schon mal gesagt dort ändern wir im Wesentlichen die Linie 210 die dann als Schnellbus verkehrt und damit nicht mehr die S-Bahn bedient und auch nicht mehr die Böhlerstraße aber das soll natürlich nicht ersatzlos entfallen das soll natürlich ein Ersatz geschaffen werden und das geschieht zum einen über die Gäste 211 bei den Gäste 211 muss man auch sehen auch die hat heute abweichende wechselnde Linienwege mal fährt sie über die Böhlerstraße mal fährt sie immer über den Oberfeldweg das würden wir künftig vereinheitlichen damit das auch transparenter vom Mühlenweg ist die Gäste 211 würde dann immer über die Böhlerstraße kommen heißt im Wechsel oder in der Konsequenz dann aber auch dass die Linie 203 die heute über die Böhlerstraße fährt dann auf den Oberfeldweg wechselt also da würde dann ein Tausch vorgenommen aber es sind alle Bereiche noch bedient und dann kommt auch noch eine Linie dazu die Linie 207 die in den Bereichen noch verkehrt die würde dann künftig anstelle der 210 immer über die S-Bahn fahren und zusammen mit der 211 dann die Anwendung der S-Bahn in Rheindorf sicherstellen in dem Zuge wird sie dann auch in den 20-Minuten-Takt gesetzt sie hat heute in den 30-Minuten-Takt damit sie auf den S-Bahn-Takt passt und der Bahn auf Küppersteht der S-Bahn-Küppersteht würde natürlich auch noch dann von der 200-Minuten besser angehen die fehlt ganz durch bestellig auch um 20 Minuten so wie bisher an der Linie ändert sie sich nicht nur der Takt für alles ja das ist so im Schnelldurchlauf mit einer wesentlichen Änderungen wenn wir nochmal die nächste Kurve haben wir also eine Beschleunigung der Fahrzeiten damit erreicht wir haben mql auch mehrere Verbindungen zwischen den Stadtteilen wir haben die Verpuffung zum Schienenvergängig verbessert und auch nicht nur zentral auf Leverkusen-Mitte sondern auch auf andere Punkte Opladen zelisch übersteht wieder verbessern ja zur Auswärtigen der Bedienungszeit ist noch zu sagen dass wir die Bedienungshäufigkeit also den Tagestakt den 20-Minuten-Takt den wir heute auf den Minen haben heute kriegt er in der Regel so um 20 Uhr ab in den schwächeren abend das würde mal eine Stunde raus gehen wollen dass wir also bis 21 Uhr nach dem Tagestakt fahren und erst danach in den Abendtag wechseln und dann haben wir auch das Nachthinein-Angebot das soll da gibt es ja auch schon Beschlüsse zu dann um eine Stunde verlängert werden also dass wir dann auch um 3 Uhr nochmal von den Bahnen und die die das noch verhalten oder in der Nachhinein-Angebot ja das sind die wesentlichen Punkte aus dem Konzept und dann Herr Nettesheim dann würde ich sagen Herr Schmitz Sie jetzt im geänderten Ablauf wie es jetzt weitergeht eine ganz kurze Ergänzung vielleicht auch noch Herr Nettesheim hat jetzt die wesentlichen Änderungen dargestellt und natürlich wir haben natürlich wichtige Linien 208, 222, 227 die jetzt nicht erwähnt sind die fallen natürlich nicht weg die fahren noch nicht dass jetzt Missverständnisse auftauchen dass jetzt alle Linien die jetzt fahren dargestellt sind es gibt noch jede Menge Linien die nicht angepasst werden die aber trotzdem so wie bisher fahren nicht dass da Irritationen auftauchen dass jetzt Linien weggefallen sind weil es jetzt hier nicht erwähnt wurde als ergänzen ja sonst würde ich gerne die weitere Vorgehensweise nochmal darstellen wir haben um 16 Uhr die Informationsveranstaltung an die Politik wir sind gespannt wie viele kommen wir hoffen auf einen regen Meinungsaustausch und Diskussionen es wird auch Herr Nettesheim den Vortrag nochmal der Politik vorstellen im November-Turnus wollen wir dann eine Vorlage einreichen für die Politik für den Fachausschuss Stadtentwicklung Bauern und Planen für die drei Bezirke und letztendlich für den Rat der dann hoffe ich auch die Entscheidung trifft dass das so wie wir das uns vorstellen auch umgesetzt werden kann mit dem Ziel dass wir mit der Eröffnung des ZÖB in Wiesdorf der ja für den Sommer vorgesehen ist auch dieses Konzept dort einsetzen können was wir eigentlich persönlich von der Stadt hier als ein wichtiges Symbol darstellen ein neuer ZÖB ein neues Liniennetz als Gesamtmaßnahme das haben wir uns als Ziel gesetzt wir brauchen natürlich dafür den politischen Beschluss und deswegen werden wir das bekämpfen wir werden die Beratungen geben und hoffen dass wir auch die Politik dann mit uns haben jetzt an Sie die Frage ob wir noch Fragen aufgegeben sind dafür weiter wenn ich einfach mal in die Runde dann mal Herr Kretzloffs Sie hatten bei im Punktenturm war in der CDU Veranstaltung 2030 auch das Wort da sagten Sie so schön ich brauch mehr Buschspuren ich sag euch demnächst welche das Wort Buschspur kann jetzt hier nicht mehr vor haben wir noch Forderungen bezüglich der Buschspuren ja da sind wir dran wir haben ja auch erste Erfolge also Frau Depp und ich wir tragen das ja immer wieder gemeinsam vor auch bei dieser Podiumsdiskussion und wir haben ja ich würde ja kurz einhaken darf wir haben einen politischen Beschluss für die Buschspur auf der Rheinbaumstraße das ist ja schon mal ein Erfolg die soll im Herbst umgesetzt werden im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen GDL wir haben uns den Planungsauftrag auch gegeben eine Verlängerung der Buschspur auf der Burschreiterstraße zumindest planrecht zu überprüfen wir haben auch Ideen seitens dem Fachbereich Tiefer die wir noch abstimmen müssen aufgrund von Vorschlägen von der WUPSI wo wir Buschspuren einrichten können das ist immer eine Frage wie weit die Konsequenzen sind wenn Stellplätze wegfahren sind wir in Diskussion aber die müssen wir aushalten wir werden der Politik in 2019 bestimmte Vorschläge erarbeiten und dann müssen wir sehen wie weit auch die Politik da mit stimmt wie weit wir da Maßnahmen in irgendeiner Form ergänzen müssen wo vielleicht unverhältnismäßig andere Stellplätze oder sonst irgendwie wegfällt dann ist es nicht so einfach durchzuführen wie es bei dem ersten Blick aussieht aber wir sind dabei die Maßnahmen würden natürlich da geht ihm vollkommen das Busliniennetz noch erheblich verbessern vielleicht die Fahrzeiten noch oder sicherlich auch die Fahrzeiten optimieren das geht Hand in Hand beziehungsweise da sind wir parallel da also ich denke das Mobilitätskonzept ist ja wie so ein Puzzlestück im Moment was wir schon ergänzen gleichzeitig erarbeiten wir es auch noch von den Zielen die wir alle umsetzen wollen und was wir aber auch machen müssen wir müssen ja alle mitnehmen wir müssen irgendwie in die Diskussionen auch einsteigen und wir haben eben auch gemerkt es gibt eben vieles was dafür spricht und was dagegen spricht und wie kriegt man diesen Umbruch überhaupt geschaffen und wenn man dann noch sieht welche Restriktionen haben wir nämlich was ist die Personalressource und was können wir tatsächlich an finanziellen Mitteln zur Verfügung stellen für dieses Thema dann haben wir im Moment aus meiner Sicht schon eine ganze Menge geschaffen also wenn ich an unsere erste Podiumsdiskussion mich erinnere da war noch ein Riesenaufschrei oh so geht es doch nicht und wie wollen wir das machen und wie wollen wir überhaupt starten und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin das ist für mich wirklich ein großer Schritt den wir schon gemacht haben bei all den Restriktionen die wir wirklich alle auch gemeinsam ja haben von daher ja es kann auch unheimlich viel gemacht werden und muss auch noch gemacht werden aber wir haben wirklich die ersten Bausteine jetzt gesetzt und aus meiner Sicht ist das ein wichtiger Schritt um überhaupt zu starten und alle weiteren Schritte müssen in die Diskussion kommen auch mit der Politik müssen wir gucken welche Ablegungen müssen da erfolgen und dann wird man sehen wie wir die nächsten Schritte auch weiter verfolgen können aber wir wären nicht müde immer weitere Busspuren zu fordern der Herr Schmitt sagte eben da müssen wir auch mal eine Diskussion aushalten nur weil jetzt der Bus plötzlich mehr fährt wird ja nicht am nächsten Tag der Bus vollständig ausgenutzt werden das braucht ja eine gewisse Zeit das gewisse ist kann man wahrscheinlich darüber streiten wie lange schlagen Sie dem Stadtrat denn vor das Konzept erstmal zu gucken bevor er neu entscheiden darf ein, zwei, drei Jahre das ist eigentlich dauerhaft ja gut das ist auch funktioniert und sollte sich dann herausstellen wegen allen Erwartungen dass das Angebot nicht angenommen wird da muss man natürlich dann in zwei, drei Jahren nochmal über eine Nachbesserung nachdenken aber da gehe ich ehrlich gesagt nicht von aus also es ist kein Testbus nichts von dem Flickfriedhof Reuschenberg über die Bahnstadt sondern das ist ein Konzept das die Arbeit bis dauerhaft ist ja wie haben Sie denn die Millionen dann kalkuliert mit einer durchschnittlichen Auslastung auf der auf dem Niveau wie man das jetzt schon sieht oder wie kommt die Zahl mit der Zustand grundsätzlich ist das so richtig genau wir haben uns unsere bestehende Auslastung angeguckt sind aber da schon etwas vorsichtiger rangegangen und gesagt auf den neuen Angeboten wird die Auslastung vielleicht nicht ganz so hoch sein wie auf dem Bestehner zumindest am Anfang wenn ich lebe schon wie hoch ist denn jetzt Ihre Auslastung pro Bus was müssen Sie jetzt hören wenn Sie sagen gleiche Auslastung heißt das doch irgendwie macht das Motto alle Sitzbäste sind statistisch überbelegt oder alle Sitz und alle das ist ja zeitabhängig ja über den ganzen Tag oder ja gut wir haben in der Spitzenzeit sind die Busse sehr gefüllt da haben wir kaum noch freie Kapazitäten deswegen brauchen wir auch diese Ausweitung noch in den Randzeiten haben wir natürlich noch freie Kapazitäten das ist einfach so das kann man jetzt so genau nicht sagen aber der ganze ÖPNV ist ja letztendlich auch an die Spitze ausgelegt wir müssen ja in der Spitze im Berufsverkehr und Schülerverkehr morgens da müssen wir die Menschen ja wegbekommen ich habe eine Frage und zwar jetzt ich habe sie ja bereits von einer eventuellen Buslinie Richtung Köln was ist jetzt mit einem anderen Brandstück gewesen ist das auch ein grober Plan für die Zukunft vorgesehen aber kann man dann auch so sagen soll ich sie in Langzeiten erreichen da haben wir jetzt keine konkreten Anfragen da gibt es ja auch schon Verbindungen die jetzt auch nicht kritisiert werden also es ist uns zumindest nichts bekannt deswegen haben wir da jetzt keinen Fokus drauf gelegt aber wir haben natürlich immer unser gesamtes System jetzt in der Richtung Köln gibt es eben heute keine Verbindung die direkt also durch diese Erweiterungsmaßnahme dann natürlich die Regel wäre es in normalen Tariferhöhungen aufgrund der Lohntarifsteigerung oder auch über die Dieselkosten steigen wird natürlich im Verkehrsverbund über den ganzen Verkehrsverbund wird es preiswertungen geben aber nicht jetzt wegen dieser konkreten Anfragen ein bisschen latent eigentlich also sind ja nicht die einzigen die ausweiten das sind die in vielen Bereichen die Bestrebungen das Netz zu verdichten und so weiter müsste man ja unter normalen schon davon ausgehen dass es dann eher so ein bisschen überproportional die Tarife steigen werden in den nächsten Jahren es sei denn die Leute fangen alle an auf einmal nur noch Bus zu fahren das ist nicht egal aber grundsätzlich wird man ja überall höheren Aufwand haben erst mal was ja normal im Verkehrsverbund dazu führt dass man sagt okay dann müssen wir jetzt eben noch an jedem 4% drauf tun statt 2,3% oder so das ist so politisch nicht gewollt es ist überall zu sehen da haben sie vollkommen recht dass das ein Umdenken in der Politik erfreulicherweise stattfindet wir kennen sie ja schon lange Herr Keding und wenn wir uns mal so an unsere Anfangszeit erinnern da ging es ja eigentlich immer im ÖPNV um Kostensenkungen um Einsparungen um Linienoptimierung im Sinne von Kostensparen und Einschränkungen umso erfreulicher ist dass jetzt da doch ein Umdenken aufgrund der Notwendigkeit Klimaschutz und Verkehrsaufkommen stattfindet wir haben bei unserem anderen Eigentümer im rheinisch-bergischen Kreis wurde auch eine deutliche Leistungserweiterung beschlossen die fahren wir jetzt machen wir auch ganz gute Erfahrungen damit und ja Leverkusen zieht jetzt nach aber es ist nicht der politische Wille die Kosten jetzt über die Fahrpreise auf die Nutzer umzulegen dafür wird ja jetzt eben beschlossen dass man eine Million Euro als Stadt gehandelt um die Verbesserungen zu finanzieren selblich sind die Preise natürlich auch im Verbund in der Verbandsversammlung drin da wird das natürlich auch diskutiert und da muss man ja auch allen gerecht werden das ist ja ein Einheitserweis ja finden Sie das denn personalmäßig und so weiter überhaupt gut hin weil ich weiß es ist ja nicht so schwierig nicht so einfach Busfahrer zu finden und Sie haben jetzt in Grünemann in Berlin schon ziemlich was das so getan jetzt kommt hier auch noch einiges was genau was die Stellen umrechnen was das jetzt bedeutet diese Verdichtung und die Erweiterung das so aus 25 bis 30 die Stellen schaffen und die genau besetzt also wir haben ja im letzten Jahr ja auch schon die Sachen sehr nahe die Leistungserweiterung im reinsteigen Kreis gehabt und auch so natürlich normale natürliche Flukation durch Verrentungen und da war es jetzt kein Problem die Stellen zu besetzen aber klar der Arbeitsmarkt ist natürlich nicht entspannt es wird nicht einfacher aber dafür sind wir noch ausgebildet Alge Wein ist ja nicht mit unserer Branche so aber bis jetzt ist es uns immer noch gut um ausreichend Fahrer zu reputieren und wie viele neue Busse brauchen Sie dann dafür und welche ich kann mir nur nicht sagen die werden ja ausgeschrieben 8 bis 10 gehen im Moment aber es gibt im Moment eine Grobplanung noch keine Feinplanung also den brauchen aber erstmal den Beschluss der Politik genau oder jetzt auch das mal müssen Sie erst mal das auch darstellen und dann alles sehr mit in der Kalkplation vorzielt ich habe nicht ganz aufgepasst ich weiß jetzt wie viele neue Busse wenn es dann beschlossen wird was schreibt hier mal wie viel Prozent wird Ihr Leistungsangebot erhöht insgesamt insgesamt um sechs Prozent wenn Sie es aufs Leverkusener Stadtgebiet rechnen um zehn Prozent ich habe ein eingeschränktes Weltfeld in Leverkusen zehn Prozent als die S-Bahn samstags von Köln also die S-6 bis der 20-Minuten-Takt umgestellt wurde haben Sie erst mal abwartend reagiert ist das jetzt irgendwie abgebildet nein das wird daraufhin nicht reagieren das war einfach im Sinne der Prioritätensetzung nicht drin aber der Pendler Pendelverkehr der ist wichtiger wenn man da auch die Verkehrspodien größer sind Frau Deppe haben Sie mit den beiden die jetzt Rhein-Bau-Fittorf nach Oplaren fahren beziehungsweise Oplaren nach Hiesdorf fahren die nicht gut Sibusunternehmen besprochen dass sie sich vielleicht anschließen an das Projekt das ist nicht in meinem Bereich wir machen ja nur die Planung das kann ich jetzt um ehrlich zu sein nicht sagen wie da die Gespräche geführt werden wer müsste das denn für eine Staatsanwaltung das macht im Moment und jetzt dann hat drei also Herr Lüdenbach Sie sind jetzt ja sehr auf die Bahnhöfe zentriert jetzt dadurch da muss man natürlich auch so sehen dass man dass die Busse auch so ankommen dass man den Zug noch kriegt haben Sie ja entsprechend Luft eingeplant weil Sie kennen ja die Strecken wo es dann eng wird über Tag zum einen versuchen was es nicht im Fahrplan schon zu berücksichtigen in den Haushalten die Umstiegszeiten sind auch der 10-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit zieht so ein bisschen darauf ab genau diese Probleme abzuschwächen wenn ich dann mal einen Anschluss nicht kriege muss ich nur 10-Minuten warten dann geht's das ist ja beinigermaßen erträglich aber da bekommen wir natürlich auch wie Sie das Thema Busspuren dann ins Spiel die wir natürlich insbesondere um das noch etwas konkretisieren auf den Schnellbusachsen dann sehen und dann möchten wir natürlich schon gerne auch die Infrastruktur haben dass man auch wirklich schnell nicht nur direkt fahren könnte sondern schnell fahren ja es gibt ja einen Haufen Vierspurrige Straßen wo man eine dann richtig unwidmen kann wollen wenn man es will genau ja 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 auf der General Expressen müssen sie sich ja nicht irgendwie einstellen die Pfanne sowieso ich habe noch eine Frage wir hatten uns einmal gesprochen auf der Tod auf Kofen da hatten Sie genannt dass es eine Möglichkeit ist oder dass Sie überlegen über was ist on demand also dass man diese Busse hat wo man einfach sagen kann der muss ja dann geacht und der muss nicht im Monofo-Gespräch das sind vor allem noch dabei bei den Anbietern und ja das wäre dann doch gegebenenfalls eine weitere Ergänzung das wäre dann noch zusätzlich für neue Linien das ist eine weitere Verdichtung die wir natürlich eigentlich in der Zukunft sehen also auch einen Sammeltaxi in etwas größer ja moderner ja App-gesteuert die Digitalisierung wenn der ja auch dann zieht klar ich meine es ganz ähnlich Busse werden ja auch von der etwas älteren Bevölkerung gerne benutzt die soll man denen klar machen dass sie es plötzlich nicht mal ein Smartphone bedienen sollen sondern auch mit einer App für alles klarkommen sollen gibt es da irgendwelche Einleitungen oder sonst irgendwelche Hilfen für ich nenne es mal Senioren also wir bieten ja auch Mobilitätsschulungen für Senioren an sowas machen wir schon aber wir setzen natürlich wir berücksichtigen ja auch dass wir viele viele ältere Kunden haben deswegen setzen wir zum Beispiel auch anders als andere Unternehmen auch auf den persönlichen Verkauf beim Fahrer wir haben keine Automaten das ist ja eigentlich eine Seltenheit damit eben auch eine entsprechende Beratung beim Einstieg stattfindet dann haben wir natürlich in unseren Kundenzentern eine umfassende persönliche Mobilitätsberatung für die älteren Menschen sodass wir da eigentlich kein Problem sehen und die kennen ja in der Regel auch ihre Fahrtrelationen wenn sie einmal wissen sie fahren ja dann meistens die gleiche Strecke und das funktioniert glaube ich ganz gut was die physische Anstrengung betrifft wir sind dabei die Haltestellen barrierefrei auszuarbeiten dass wir kontinuierlich fast jeder Straßenstandsetzungsmaßnahme gerade in Schmähwüch die große und auch für die Bevölkerung nicht einfache Maßnahme die moderne Mülheimer Straße der deutschen Landstraße die seit einigen Wochen instand gesetzt wird da werden vier Halbstellen jetzt barrierefrei fünf barrierefrei ausgestaltet sowohl für körperlich Behinderter für Gehbehinderte als auch für Senioren die sehbehindert sind um halt auch diese Barriere möglichst zu überwinden um den Begriff von der Hinsicht aktiv beizuhalten oder noch dafür zu gestalten aber das ja nicht nur für die Eltern sondern auch für die Jünger nämlich für die Kinderwagen genau ich vergeben sie uns zum Beispiel genau auch dieses Thema also zu meiner Zeit als ich den Kinderwagen noch gefahren bin da musste man drei Stufen irgendwie da musste immer jemanden finden der ja einem geholfen hat und es war wunderbar so stand man noch in einer Traube von Menschen plötzlich als der Bus oder der Zug kam war man plötzlich völlig allein das war wirklich irgendwie faszinierend auch das ist ja dann eben kein Thema mehr sondern man kann eben dann eben ehrlich mit dem Kinderwagen ja aus meiner Sicht auch ein großer Vorteil für Familien tatsächlich im ÖPNV zu benutzen Sie haben dreimal das Wort App gesagt ich nehme mal das ist ein Beispiel für digitale Schnittstelle das kann auch eine ganz normale PHP-Seite sein im Internet ja ja aber die Mobilitäts-App ist natürlich insofern spannend weil man sie immer in der Jackentasche hat sie ist dann immer dabei und meine PHP-Seite von Ihnen auch ohne dass Larry Perth weiß was ich gerade zu sehr gut aber für die meisten ist die App ja das Sinnbild dafür und wenn wir über Ältere reden also wenn ich dann auch noch über die Seite lehnen muss also bei meiner Mutter habe ich das einmal eingerichtet und die drückt dann auf die App ja und dann geht das irgendwie auch ich glaube das ist auch die Zukunft irgendwie das möchte man sich da auch wieder finden Du sie ja sonst auch jedes Mal wieder neu einloggen ja 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 genau ich hatte jetzt ein Auge also zum Beispiel meine Mutter ist jetzt nicht besonders alt aber sie damit absolut nichts abnimmt und komplett überfordert von sowas und wenn ich mir vorstelle dann ist das einfach meine große wunderbaren Zeichen das wäre Chaos und das hier frage ich nur an so dann würden sie die Nerven von dir sein ich spreche nicht die Anfragen bei jedem kannst du mal helfen wenn ich komme ja deswegen frage ich halt nach weil die Verwirrung ja noch was von dir echt groß ist warum hast du da eigentlich ein Auto das ist doch einfach so dann hoffe ich sind Ihre Fragen beantwortet Warte